Guten Tag und herzlich Willkommen hier zurück bei Wellplay bei eurem Benny und heute geht es um die Kanalvorstellungen, was ganz wichtig ist Leute und hört euch das auf jeden Fall mal an und zwar ist das ein Update und eine kleine Vorgehensweise, die ich machen muss, weil ich einfach nicht mehr weiß, wer von diesen Leuten, die sich schon beworben haben, aktiv sind und das lohnt sich nicht, mich da durch zu kämpfen und zu gucken, wer jetzt irgendwie aktiv ist und deswegen mache ich das einfach so, dass ihr alle, die noch einen Kanal haben, Kanalvorstellungen von mir haben wollen, einen Kommentar unter dem Video schreiben, dass sie noch aktiv sind, dass sie noch eine Bewerbung, eine Vorstellung wollen von mir und das denke ich die beste Lösung, ich werde das jetzt wahrscheinlich dafür eine Woche Zeit lassen und dann lösche ich die Leute raus, die keine Bewerbung haben wollten und die Leute, die jetzt vor einem Monat oder so sich jetzt gleich mal beworben haben, die sind von dieser Regel hier ausgeschlossen. Als zweites wollte ich ansprechen, dass ich ein kleines Update noch dazu bringen will, damit das halt nicht nur negativ ist und zwar möchte ich mir alle zwei Wochen von den in diesen zwei Wochen vorgestellten Leuten eine Person rauspicken und mit ihm nehme ich dann ein Spiel nach seiner Wahl auf, sofern wir das beide natürlich haben und da machen wir für unsere beiden Channels dann ein Video, falls diese Person das will, sonst suche ich mir halt den Zeitbesten. So, kommen wir zum dritten Punkt und zwar ist es ein Uploadplan für die Kanalvorstellung, ich brauche das, sonst mache ich das nicht, sonst verschiebe ich das und ich gebe mir für die Kanalvorstellung eine Woche Zeit, ich werde immer fünf Leute vorstellen und das wird jeden Sonntag kommen, also jeden Sonntag kommt eine Kanalvorstellung zunächst, kann sein, dass ich das später noch ausbaue, dass es Sonntag und Mittwoch kommt oder Donnerstag, mal gucken. Auf jeden Fall, jeden Sonntag gibt es jetzt eine Kanalvorstellung und nächste Woche fängt das alles an, weil dann ist eigentlich schon meine ganze Klausurphase mehr oder weniger durch, am Freitag ist die letzte, um kurz anzumerken, ne die vorletzte, Freitag ist die vorletzte und ja, das passt dann auf jeden Fall und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß und ciao.